Willkommen zu den Vivi-News. Im heutigen Video schauen wir uns den nächsten Marvel-NFT-Drop auf Vivi an. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall nochmal genau den DreamWorks-NFT-Drop an. Was ist dort momentan los? Und als nächstes gibt es nochmal eine ganz kurze Übersicht über den aktuellen Stand des Umiburns und wie viele Gems momentan eigentlich noch eingecashed werden. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du der draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen unbedingt Kanal abonnieren, dann verpasst du auf jeden Fall kein neues Video. Und ansonsten möchte ich auf jeden Fall hier ganz kurz ankündigen, es wird am Mittwoch einen weiteren Collector-Talk um 20.45 Uhr geben. Das heißt, schaltet auf jeden Fall sehr gerne ein und es wird wahrscheinlich ab Donnerstag keine Videos geben bis Mittwoch. Darauf folgend, da ich nämlich in Köln bin beim Karneval, falls du dort auch bist, schreib mir gerne auf Instagram, Twitter oder auch auf Telegram und dann können wir auf jeden Fall auch mal gerne einen Kölsch zusammen trinken. Jetzt würde ich aber sagen, viel Spaß mit dem Video. Starten und tun möchte ich an dieser Stelle mit einer ganz kurzen Aufmerksamkeit und zwar nämlich für ein Spendenprojekt und zwar nämlich für einen guten Viviversum und das ist nämlich für die Syrer bzw. die Türken, die beim Erdbeben hier in Mitschleidenschaft gezogen wurden und dort wird auf jeden Fall hier das gesammelte Geld, was durch die NFTs, welches ihr kaufen könnt, dann sozusagen umgewandelt wird in echtes Geld und damit dann sozusagen Spenden finanziert werden. Schaut es euch auf jeden Fall sehr gerne an. Ich packe euch auf jeden Fall den Link zu dem OpenSea-Account einmal unten in die Videobeschreibung. Und ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Drop an und zwar ist das nämlich X-Men 19.91. Und das Ganze wird am Dienstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen zum Valentinstag. Und hier sehen wir an dieser Stelle wirklich ein Comic, was nicht allzu interessant ist. Persönlich von den Covern finde ich es nicht schön und auch generell ist es kein spannendes Comic. Ansonsten ist es eine ganz normale Aufteilung. Wir haben Exclusive Rare und Ultra Cover. Der Listpreis ist wieder bei 7 Gems, also ein ganz normales Comic. Und auch die Preise auf GoCollect sind nicht allzu vielversprechend. Eine 9.6 gerade mal für 38 Dollar ist halt einfach ziemlich wenig. Ansonsten kommen wir nochmal auf den DreamWorks NFT-Drop zu sprechen und zwar hier nämlich von den Vault Showns. Und hier gab es nämlich eine Utility und zwar wurde nämlich für alle Leute, die an dieser Stelle hier das komplette erste Set voll haben, einen Promo-Code zugeschickt. Und davon wurden tatsächlich bis jetzt nicht allzu viele eingelöst, was meiner Meinung nach auch absolut verständlich ist. Gerade mal 232 von 2.125. Vault Showns wurden an dieser Stelle eingelöst. Für die Series 2 also nicht gerade viele. Muss man auch ehrlicherweise sagen, ja der Code hat einem nicht wirklich viel gebracht. Da man einfach beim Drop hätte auch einen so bekommen können. Aber nichtsdestotrotz, das ist auf jeden Fall der momentane Stand der Dinge. Von den übrig gebliebenen Vault Showns-Promo-Codes, die da nicht eingelöst werden, diese landen dann wieder ganz normal im Store. Das heißt, wer auf jeden Fall hier später nochmal einen nachkaufen möchte im Store, der hat auf jeden Fall dann die Möglichkeit. Und ansonsten kommen wir auf jeden Fall gerade noch auf den Omi-Preis zu sprechen. Der ist momentan ziemlich am stagnieren, beziehungsweise hat tatsächlich auch die Support-Linie angetestet. Zum momentanen Zeitpunkt sind wir bei 0,2% im Plus. Und ansonsten, wenn wir das Ganze uns einfach mal auf O-Kicks anschauen, ja dann ist das momentan einfach so ein bisschen unklar. Wir haben ja schon besprochen, dass wenn wir hier runter gehen und dann nochmal eine Reaktion hier oben sehen, dass der Preis dann wahrscheinlich weiter runterfallen wird. Das hat er an dieser Stelle tatsächlich nicht gemacht, sondern wir sehen jetzt hier auch gerade eine weitere grüne Wig nach oben. Ob das Ganze jetzt ein Fake-Out ist und wir weiter nach unten gehen. Ich bin persönlich an dieser Stelle momentan sehr, sehr vorsichtig und warte erstmal, was der Kurs jetzt erstmal noch machen wird. Denn dieser Move war für mich persönlich absolut unvorhergesehen. Deswegen an dieser Stelle vielleicht auch für dich abwarten und Tee trinken und erstmal an der Seitenlinie stehen. Und als letztes schauen wir uns auf jeden Fall nochmal den aktuellen Omi-Burn an. Der liegt nämlich momentan bei 84 Milliarden Omi-Token. Das ist auf jeden Fall schon eine stattliche Zahl. Über 10% des gesamten Supplies ist dementsprechend schon geburnt. Und wir sehen auch momentan tatsächlich nicht allzu hohe Zuflüsse an USD in die App. Wir sehen zwar natürlich immer noch täglich so um die 90, auch teilweise 220.000 Dollar, die in die App fließen. Das ist schon eine Menge Geld, muss man ganz klar sagen. Ja, wirklich an den Preisen merkt man es aber tatsächlich nicht zum momentanen Zeitpunkt. Aber nichtsdestotrotz werden natürlich auch immer noch weiter ordentlich Omi-Token geburnt. An einem Tag hier schon fast eine halbe Milliarde geburnt. Also das ist schon ziemlich gut, muss man ganz klar sagen für den Omi-Burn. Das Ganze ist für den Markt natürlich momentan gerade nicht wirklich negativ, aber auch nicht wirklich positiv. Wir sehen aber halt einfach, dass es momentan ja nicht so groß ist. Das Interesse hier auf jeden Fall noch mehr Geld in die App zu stecken. Wir sehen, dass es kontinuierlich sinkt, was in die App kommt. Wir sehen immer mehr hier auf jeden Fall unter 100.000, was eigentlich schon ja ziemlich wenig ist im Vergleich zu vielen Monaten davor. Und ansonsten war es das an dieser Stelle schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich die nächsten Tage weiterhin Videos für euch hochladen kann, wenn es etwas gibt. Denn ich bin momentan wirklich absolut im Stress, wirklich hier auch alles Mögliche hinzubekommen. Sei es Video, mein eigenes Leben und so weiter und so fort. Deswegen entschuldige ich bitte, falls da das ein oder andere Video etwas später kommt als normal. Denn ja, momentan ist einfach ein bisschen Ausnahmezustand bei mir. Aber nichtsdestotrotz, mir geht es erstmal gut. Und ja, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Jetzt würde ich aber sagen, bedanke mich auf jeden Fall bei dir fürs Zusehen. Lassen wir uns das Video sehr gerne ein Like da und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.